Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Es wimmelte von Menschen. Unvorstellbar. Diese Fülle. Ich sage Ihnen, es war schwer, überhaupt an das Haus hinzukommen. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hat schon einiges geredet. Aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war, an Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen.